Dieses Video enthält laute Geräusche und kann zum Herzstillstand führen. Ja, wir werden hier... Ich sag euch hier schon mal meinen Plan. Ich möchte heute mindestens acht... äh... acht... 800.000 Money kriegen. Gerade hab... also muss ich jetzt neuntausend... äh... neuntausend... neuntausend Geld verdienen. Sprachen lernen, bubble. Okay, ich bin da. Okay, fahr jetzt schon mal da, erst. Dieser... diese Schönheit hier. Wohahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Ein Rennen, weil dort hab ich schon mal so einen... gemeinen... gemeinen grauenhaften Polizisten gesehen. Zum Beispiel... der Tesla... wegen... wegen Feuer können wir jetzt nicht fahren. Irgendwie leckt er heute. NIEGEN! ab jetzt spiele ich nur noch roblox wenn ich das so ein youtube-video mache und das finde ich ist eine gute challenge für mich also dann müsste ich eigentlich theoretisch am tag in der woche sieben videos hinkriegen den wo ich leider nicht auf sprachen lernen doch auch nicht da ist doch wir brauchen eine keycard ein blitz ja so wir folgen hier gerade am polizisten und das mir eingefallen mir auf jeden fall eine lag das haben wir bei jedem 2000 jahre spät hat mir gerade eingefallen das war ja auch noch einen youtube-kanal hat deshalb der erste link in der beschreibung ist sein youtube-kanal auf youtube ist er frei und macht ziemlich coolen content mit extravaganten cuts bringen um komm schaffst du schaffst du befreit mich befreit mich okay ich kann ja ich versuchte jetzt hier raus zu brechen auszubrechen und ja also kieger ja das war ein paar gezeichen nüge lasst du nein wird gefangen abgötet wird gefangen gefangen oh man ok und wie lange sind wir nicht an den kratzen soll es ich keine ahnung eine halbe stunde eine stunde keine ahnung kommt auch an wie viel mühe ich mir gebe ey leute mein Kollege kann einfach backblit mach boah digga das war krass komm ich muss es raus oh ich hab ihn weggekriegt ah los 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 ne 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 ist mit mir zeig ich jetzt die besten waffen kommen wir sind also einmal die den revolver du kannst ja den hier und den hier und ja damit wisst werdet ihr auf jeden fall jeden riesen bekämpfen ok warte wow wir sind da jetzt müssen wir nur noch dynamit daran befestigen und springer die mumie und pull oder pull keine ahnung ok spring schon mal in meinen krassen wagen jetzt nicht ey wieso ist der abgeschlossen ah jetzt nicht mehr ah ne ein polizist oder so ich möchte mit dem kein stress mit unserer vulkanbasis geben unser geld oder heben es auch keine ahnung lass es versuchen kieze bekommen der police truck schaff ich die rampe ja wow 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 aussteigen ah ich bin hoch geflogen du musst dein fallschirm öffnen äh so ähm die beim nein hier ist ein hund ah ladung hä so ist ich mit dir das schreck stirb da ist ein key 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 erfolgreich äh wo ist der key da key erfolgreich gesammelt hilfe das äh das äh lässt geld liegen sammel das geld oh 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 er lebt hier ist so viel geld sammel das ganze geld wo kommst du hm es ist offen oh nein jetzt darfst du mich gleich boxen was ja ach die tür schon offen echt ja echt er schluss ok hä die türste echt auf hä was denn fuck hä hier ist echt alles verpackt und wofür haben wir dann diese äh unsere dingens hier sammelt äh das liegt im script oder hier ist ein hacker dran ein hacker in jaybrake ein hacker in jaybrake irgendwie komponiert was irgendwie komponiert irgendwie komponiert eins Gold r Ich auch, und ich bin hier jetzt eingeschlossen. Oh Mann. Aberration. Gescheitert. Oh nein, ich bin in der schlimmen Basis. Ich auch. Echt? Oh. Was ist passiert? Wieso hast du so viel Schaden? Oh, Schluss. Oh nein. Alle Türen gehen auf. Ja, da ist auf jeden Fall ein Hacker. Also, ich glaube, das Video kann heißen Hacker in J-Break. Ja, mit Jetsky geht's auf. Nein. Wir starten jetzt einen Überfall. Du, äh, du, ähm, sicherst den Laden. Ich beklau, ähm, beklau das, okay? Okay. Hände hoch! Hose runter! Das ist der Überfall vom Monster Clown! Gib mir dein Geld! Auch kleine Geld, Klimpergeld! Alles Geld! Gib her! Diskutier nicht, sonst frest ich dich! Nee, das ist sowas, finde ich eklig. Das würde ich gar nicht gucken und hören. Polizist. Okay, Laden gesichert. Bring die um! Den Hit. Boah, du könntest gut fahren, auf jeden Fall. Oh nein. Oh nein. Trenn. Wo, wieso, gehst du zu? Oh, doch nichts, nichts, nichts. Ah, nein! Ist nicht schlecht. Ah, nichts. Ah, ist noch einer! Der Hund. Der Hund. Ich muss laufen! Ey, der Hund. Oh, zum Glück. Na, ich komm gerade hoch. Oh nein, oh nein. Ich werde gefangen. Ich werde gefangen. Nein, ich wurde gefangen. Da. Los, Truppe. Raus mit euch. Legt den Arm. Nein, ich hab's gehofft. Ich bin jetzt nicht mehr. Ja, ich hab's gehofft. Wir müssen uns noch nicht schlagen. Unsere Freunde sollen auch an. Neu. Du müsstest dich retten. Verziehen. Regne ihn um! Nein, er liebt uns auf. Freund ist tot. Ka... Hallo? Was ist? Da drinne. Ich geh' genau in den Ecken. Wo's da? Wo's da? Wo's da? Ich hab' ihn. Oh, ich war fast tot. Okay, ich muss mich kurz zielen. Okay, macht alles gut. Wie gesagt, noch dichter. Da, hast du das gesehen? Das ist einfach wild. Ey, das... Oh, ne. Fertig? Ja, du bist doch klar. Ja, komm, ruhig. So, wir müssen raus. Ah, wir sind reich. Ah, one. Two. Three. Go. Okay, fall. Ops. Niassa. Da sind schon mal zwei Polizisten. Oh, die schießen nicht an. Ah, ich bin direkt auf einen Polizisten geflogen. Du, Moob, Spaß. Ah. Ich bin hinter einem Polizisten. Schieß ihn ab. Ah. Schieß ihn ab, bring ihn ab. Oh, nein. Mission failed. We'll get him next time. Ich bin dead. Geh gut. Hier ist noch einer. Oh, nein. Ich komme. Ich versuche mit... Ich bin gefangen. Ich versuche, die nächste Operation wie jetzt sein zu feiern, ins Gefängnis zu kommen. Als würde das nicht genug sein, müssen wir dazu auch noch einen krassen Jump... Ach. Ich muss kurz 15 Sekunden abwarten. Ich muss... Nein. Kommst du? Ich muss kurz... 9 Sekunden abwarten. Wo bist du denn? So. 5 Sekunden verbleiben. Ich muss jetzt auf. Okay, ich komme. Warte. Nein! Ich... Er muss diesen Jump schaffen, okay? Das dauert, äh... 3 Stunden. Los! Nein! 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 Okay, ich geh einfach zu Fuß dorthin. Okay, komm, komm, komm. So. Diese Folge ist hiermit beendet. Ja.